hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu overlord mit mir dem overlord der overlords wir warten mal bis unser kollege da mal zu uns gekommen ist warum ist ganz einfach weil ich keinen bock habt jetzt die schergen hier auf dem halber höhe zu verlieren und dementsprechend natürlich auch keine lust habe los bevor er dienen schiefchen brennt so müssen nämlich hier extrem aufpassen diese dreckswürmer ernsthaft ja schön ach du fotze zauter mir hier fast alle noch kaputt die wegsgeburt echt es gibt es doch nicht die standen sicher und er haut sie trotzdem noch toll ich habe nicht mal genug um meine armee voll auf 30 zu bringen bringt mir ja gar nichts mehr richtig so bei mir jetzt untertan so alle rüber alle drüben super geil und hier warten natürlich ordentlich na komm los angriff 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 so ok na jemand axt niemand gehen machen wir erst mal so und ihr ja auch mal hier erst mal das zu brei bevor wir da lang gehen gehen wir erst mal hier oben lang zack und plündern mal ein bisschen hier oben ihr sollt nicht da lang so zack nein ach man ihr nervigen braun ne sollt hier hoch nicht aus wo du wo wo so okay ein bisschen ausrüstung sollen sie nämlich noch kriegen nein ihr sollt doch nicht da und da nein nicht darunter jeder hoch hallo geht immer da hoch ja hier oben haben wir auf jeden fall schon mal die grünen was uns auch helfen könnte wenigstens los braun so haben wir wenigstens hier ein bisschen was ein bisschen möglichkeit wir nehmen einfach stückchen weise das ganze ein naja man das wert haben wir noch da oben nochas sie nie auf und Vielen Dank. So, jetzt müssen wir erstmal die Routen vorschenken. Gut. Gut, äh, ja. Ja, da oben scheint nichts weiter zu sein, also... Ach, er hackelt. Also ich rate nicht, hätte die Bomben von ihm gebraucht. Das wäre jetzt, wäre natürlich jetzt ganz doof, wenn ich jetzt wirklich die Bomben von ihm gebraucht hätte. Oh man, das gibt es doch jetzt nicht ernsthaft. Ja, schön. Äh, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Weiße, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Weil hier bringt das nichts. Äh, fuck it. Ich hab ihn, hab aus Versehen den Falschen gekillt schon. Äh, äh... Das ist natürlich jetzt scheiße. Zurückrennen will ich aber jetzt auch nicht. Ja, schön. Oh man, ey. Irgendwie fehlt mir jetzt gerade richtig die Motivation hier weiterzumachen. Bin ich ganz ehrlich? Fick dich da hinten. Ach, scheiße. Ich komme hier gar nicht mehr durch, weil ich diese Bomben von dem Typen brauchte. Äh, das ist natürlich jetzt richtig zum Kotzen. Das ist jetzt richtig die Arschkarte. Hier komme ich hier. Hallechen! Da komme ich mit aber weiter. Hehe. Das ist schon mal gut. Ja, komm. Äh, nein. Er frisst dir den Käfer. Ausgezeichnet, Herr Bösengenacht. Noch ein paar davon. Und sie sind ganz als hübscher Sandmuster. Ah, okay. Ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Erstmal hier, ne? Na, komm, komm, komm. Ah, komm, 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 komm. Nein. Ich habe einem Schergen den Dings verloren. Und da liegt er. Okay. Könnte ich vielleicht es weit genug bringen, um sowohl hier vorne als auch da hinten noch zu fallen. Also brauchte ich die Bomben doch nicht. Das ist schon mal gut. So. Einen Schergen. Schön hier. Feuer drauf. Feuer drauf. Feuer drauf. Weg da, du brauner. Wieso kommt der brauner eigentlich nicht mehr zurück? Genau, komm hier rum. Braves Kindchen. So. Und du läufst jetzt mal mit den nächsten, mit dem nächsten Ei. schon mal hier vorne, schneller, 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 weiter, 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 weiter. Na, 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 na. Da hinten hin. Wenn das, wenn du jetzt zurückkommst, nämlich. Ich nehme mich schon mal. Alle. So. Browner. Roter. Browner. ok grüne grüne sollte sollen hier nochmal kommen 2 rote können auch gleich mal mit herkommen auf jeden fall die da muss ich gar nicht lang ja Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 ihr braun ihr habt dort vergessen also ernsthaft geht ja gar nicht hier vergessen hier noch geld so auf ihn so ist alle alle auf ihn los nein scheiße nein na komm du neffen siege wenn schon denn schon dann dürft ihr alle dafür bezahlen wenn schon denn schon dürft ihr alle dafür bezahlen ich werde jetzt mit mich noch ein bisschen umsehen weil da oben zum beispiel noch einer ich glaube doch nicht wirklich dass ich jetzt mich noch weiter mit euch anlege erst mal denn das war es erstmal für diese folge ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr schaltet auch morgen wieder ein wenn es denn weitergeht hier in overlord und wir hoffentlich hier langsam mal fertig werden also tschüss schau ja ja Vielen Dank.